Der ist natürlich noch besser Nein, ich nicht Mensch, oder was? Ich bin neben dir Ja, sehe ich Oh, du musst wirklich einen Drink Dann solltest du was trinken Und wenn du mir in den Brunnen zeigst? Bei der Militärbasis ist keiner, aber in dem Ort Dane Ach, weiter geradeaus ist einer Und das sind drei Trucks bei uns Vielleicht haben wir Glück und finden einen großen Truck Oh, Dying of Dying of Ration Wirst du trinken haben? Äh, wenn du was hast Nee, ich frag nur Ich hab was Ich hab noch was, hab ich grad gesehen Ich glaub die wären beide leer, aber ich hab noch was Soll ich das hinlegen? Nee, warte, vielleicht hilft der Vorsicht Ach, ich geb dir was, komm bevor du stirbst Liegt hier auf dem Boden Hoch was, wie? Hast du genug in den Hauptplatz uns mitzunehmen? Äh, ja Sehr gut Nimm's bitte mit und trink nicht alles leer, wenn's geht Ja, das sind mehr So dass sie früher sagen sollen Ah, okay, scheiße, ich mach mir zu den, weil das war das letzte Zwingen, was ich hab und ich hab auch du es Fuck Ich hab noch was Okay, dann geht's ja Nee, im nächsten Ort ist doch ein Brunnen, aber Nicht Ja Kann man da ranlutschen Das ist Sparta Ja Die Militärbasis haben sie echt schlau gebaut, eigentlich hier so, äh, aufm Berg drauf Allerdings ist das Kacke mit den Bäumen, das ist schlecht Also wer die gebaut hat, hat nicht nachgedacht Okay, es sei denn, das ist so ne Top Secret Einrichtung und die wollen was verstecken Wer weiß wie lange Hier schon Keine mehr war Aber so groß die Bäume sind, äh, wachsen die schon ein paar Jahre Ich glaub nicht, dass, äh Wo bist du ja noch da? Ich glaub nicht, dass, äh Hier vor der Apokalypse keine Dinge entstanden Wieso, was ist denn jetzt das Problem hier? Dass die Bäume stehen? Ja, ich hab gesagt, das find ich unschlau Ich hätte das nicht gemacht, wäre ich hier der Architekt gewesen und müsste hier einen Ort suchen für Die Sachen Ich lauf einfach mal an Johnny hinterher Keine Ahnung, wo Wo man hier was Gutes finden kann Ach da, Baracken Oh, da ist ein Zaun Bisschen der Baracken hier direkt rein, Johnny Bum 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 Hier steht doch ein Krankenhaus Ah, hier war aber schon niemand Na, wahrscheinlich die zwei Leute Was hast du so gesagt, hast gehört, gesagt, davon stehen zwei Leute Wahrscheinlich die zwei Leute von ihm Wahrscheinlich die zwei Leute von ihm Also ich hab ein 75er Ich hab ne AKS 74U Hat jemand Munition dafür? Jupp Wer ist in der Baracken von euch? Ich hab ja was, was Johnny gerne hätte Ich hab ja was, was Johnny gerne hätte Jako oder Musi Muni TTSKO Pens Ich hab jetzt auch die erste Pens, die wir finden an mir Du kannst auch meine Hosen dafür haben Alter, ich hab ne Kapazitätsweste, ne große Zwölf Flots Wo hast denn die Hose gefunden, Benni? Bist du ja, ich hab's an Bisschen Bisschen Was los, Alter, was los, läuft Bisschen 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 Oh, ne High Capacitibus, geile Sache Hab ich auch Wo seid ihr hin? Gibt's hier noch irgendwas Gutes zum Looten? In meinem Barack Ihr kleinen Schlaminer Das hier Lockfick 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 Lockfick, ja Wo seid ihr hin, meine Freunde? Der Hölle Du bist das Arschloch der Nation Duuun Ich fühl mich auch ein wenig wie ein Silent Hill hier Ich hab das Spiel nie gespielt, das war mir viel zu gruselig Äh, Film Ja Wo seid ihr? Oh ja, aju Äh, ich glaub das ist ein Krankenhaus Ja, ist es auch Also ich weiß nicht, ob das das ist, wo du gerade drin bist, aber auf jeden Fall ist dein Krankenhaus laut Karte Du mal mit deiner Karte, ey Ja, Entschuldigung, ich will nur helfen Weil jetzt irgendwann eine Waffe verloren Also was du trinken wär mal langsam so nicht schlecht Oh, nicht die Kack mehr, ey Oh ne Pätschi Oh ne Pätschi Spieler! Spieler, kommt dir angelaufen? Nix Spieler, es kommt an die Laufen Bist du das? Ja Ist da noch was drin in der Militärbase? Ja, meine alte Hose Ich hab grad, ich hab Perzrasen jetzt, Alter Ey, du siehst richtig aus wie so ein russischer Separatist, Alter Naja, die Maske passt nicht so ganz, aber okay Ja, interessiert mir ne, ja Ich will ne Maske tragen Hast du noch was zu trinken? Ähm, du hast mir grad was gegeben, also würde ich wohl kaum was haben Kacke Ja, wir müssen mal zum nächsten Ort laufen lassen Aber wenn ihr euch hier rumkackt Warte mal, hieß doch, sind doch so ne Scheundinger Weil hier gibt's ja hier was zu saufen Ne, ne Mistgabe, geil Laut Karte müssen wir dann hierher Wenn wir dann hierher laufen, dann kommen wir noch an einer Militär, an einer Baracke vorbei Eine Baracke! Komm mit, Benjo Wat wohin denn? Na hier, hier geht's raus Wollen wir schon auf Johnny warten? Hm? Auf Johnny warten? Ja Johnny, wo bist du? Hier haben wir zurückgelassen Hier beim einen Krankenhaus Dann komm zu dem einen Ausgang, wo es zum nächsten Ort geht So langsam wird's knapp bei mir Hier oben ist ein Medikit Nice Ich glaub ich wollte ja noch gucken was in meinem Medikit drin ist Nix, nur Kacke Flutballkit I, äh, Startkit Waterprivification Naja, nicht so geile Sachen Das ist so geil Oh komm wir müssen jetzt vorlaufen, sonst verreck ich uns hier gleich Wir lassen niemanden zurück Wo bist du denn jetzt, komm doch mal jetzt Kommen wir zur Kreuzung Hab ich ja noch gelootet Scheiße, was du looten, jetzt komm Dann sag ich schon die ganze Zeit, dass ich trinken habe, mir hört ja keiner zu Ja, ich dachte du brauchst das selber Boah ich wusste gar nicht, dass es eine High Capacity Rest gibt, Alter 12 Flutzer, wie geil Schon Ewigkeit So oft hatte ich noch nicht Militärsachen an Die beste Waffe, die ich hatte, war aber in der M4 Boah, da kommt die an die Ruppen Knallenwapp, oder? Ich hab ne neue Mütze Alter, so ein Protektor Case, find ich echt geil Oh ne, hast du ne Beerenfatz auf dem Kopf? Das ist ne Beerenfatz auf dem Kopf Ok, weiter geht's Nein, ich brauch erst was zu trinken Ja, zum Ort Er hat doch was Ja, dann lauf ich schon mal vor und geh zum Brunnen Jo, danke Das waren zwei, ne? Ja Gut Hab ich, danke Boah, ich brauch echt ne neue Hose, Alter Ruind, ich hasse Ruind So ein scheiß Wort Die Sachen sind aber auch hier so schnell ruind in diesem scheiß Game, ne? Öh, hier ist auch noch ne Baracke? Das sieht ja gar nicht Ja, hab ich doch gesagt Da ist noch auf dem Weg eine Also, was ist hier schon drin? Nö Merch Backpack Johnny, wir sind in der Baracke drin, ne? Gut Ist irgendwas Wichtiges drin, irgendwie? Nö Nö Alter, hier liegt ne Hose, ne? Und du sagst mir nichts Sag ich doch nicht, dass da ne Hose liegt Sag ich doch bei Benny, muss noch mal gucken Wieso, ich sammle doch nicht alle jeden Scheiß auf Ich sammle das auf, was für mich wichtig ist Ja, hab ich wenigstens gucken können Was? Wenn ich... Wenn ich weiß, dass du auch in die Bar kommst, sag ich guck mal Oh geil, hier liegt Munition für meine Dingens Ja Jawohl Bist du noch hier in der Baracke drinnen, Johnny? Ja Nein, das ist Benny Achja, Entschuldigung Smush Backpack Ja, kannst du anziehen An Slots hat das, das ist Kacke, ne? Das nimmt nämlich deinen Rucksack weg, oder? Ja, schon Ne, eigentlich ja nicht, ich brauche auch 8 Slots und hat auch 8 Slots Aber kannst du eh nicht den Rucksack machen? Nö Hab ich schon gesagt Oh Ich sollte was essen Boah, ich dachte grad echt als Johnny da ankam, dass da ein Spiel... Ach halt, Johnny, als Benny da ankam, dass das ein Spiel ist, alter Boah Das ist so ein richtiger Ernsternfuckmoment Ihr seid scheiße, wie der ist, ne? Ihr seid scheiße, wie der ist, ne? Friendly Nicht schießen Sein Spieler hat Nein, nein, ich bin das Dann wendet einfach an mir vorbei Und lässt mich hier ver... sterben, einfach Jo Geh, der ist jetzt selbst der Nächste Also es gibt 3 Truckspawns hier, wir müssen auf jeden Fall gucken, auch außerhalb ist einer, so ein bisschen weiter rechts ist ein Truckspawn Sind denn die Großen überhaupt schon im Spiel drin, oder sind sie nur auf dem Experimental Server? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht Auf jeden Fall weiß ich, dass das Mittwochen-Update kommt auf 0.5.4 Wir sind auf 0.5.4 Achso, dann kommt aber auf jeden Fall irgendwas mit Persistence rein, das sagen die ja die ganze Zeit unten im Shit Ich sag dir nur, dass... das ist noch vom Alten an Du gehst hier dran vorbei und hier ist noch was zu essen drin? Joa Alter, bei dir muss man echt doppelt gucken Ich sag doch, ich bin nur die Sachen, die mir wichtig sind Ja, was zu essen ist, sind nicht wichtig Ich hab genug Ja, als erstes noch die Augen Ja, als erstes noch die Augen Alter, haltet doch mal jetzt die Fresse, ey Er hat aber Recht, Johnny hat Recht Warum soll ich jeden Scheiß mitnehmen? Ja, irgendwie die Meinschaft... Ja, ist so, dann so, ja hier sind Spaghetti oder so sagen Wo waren die denn? Ja, in der Garage drin Da bin ich gar nicht richtig reingegangen Ja, noch schlimmer Ja, klar, ich geh jetzt in den verfickten Scheißhaus rein Ich gucke mal, ob da irgendein Scheiß drin ist Ich gucke mal, ob da irgendein Scheiß drin ist Boah, ich weiß, wo der Kackbrunnen steht Ein Haus weiter noch und dann hier links im Garten, habt ihr ihn schon gefunden? Wow Alter, Herzinfarkt Was denn? Bin ich hier auf einmal vor mir Habt ihr den Brunnen schon gefunden? Nein Verpust dich, du Mischkund... Hallo Habt ihr den Brunnen schon gefunden? Nein Dann kommt mal mit Wo bist du denn? Ich laufe hier gerade rein, aber mir hängt es gerade mal wieder Der müsste eigentlich hier sein, irgendwo Oh, ich höre einen Zombie Kann hier niemand von euch erledigen? Bei mir leckt es gerade übel Nein, oh... DRECKS GAME! BEWIG DICH! Bang Was für ein Scheißspiel Ja, mach doch Hä, wo ist denn der Scheiß? Brunnen, Alter Ah, hab ihn! Ne, doch nicht Warte mal, ich glaube... Jetzt weiß ich aber wo er ist Ich weiß nicht, was das für Nacht ist Ich hab keine Farben mehr und das ist Nacht Hinter diesem roten Haus im Garten ist Ja... Wenn ihr auf der Straße seid... Hier, hier, hier rechts rechts Ja, genau Oh geil, erstmal meine zwei Getränkeflaschen auffüllen Ah ne, ich hab ja nur noch eine Benni, kannst du mir die wiedergeben oder brauchst du die oder hast du sonst keine? Ich hab... Ich hab... Ja, kann ich die geben Liegt irgendwo hier... Liegt direkt auf dem Ding drauf Ja, auf dem Brunnen hab ich auch gesehen, danke Schade, Adipositas ist weg Ne, so einfach ist das nicht, das dauert Was für'n Kracher Ja... Sag ihm es mal Wie krieg ich denn Sachen aus meiner Leiste im Inventar? Verrost ihn So wie du reinquickst Okay, ich bin schon wieder stuffed, ich fress mich jetzt wieder ganz voll Ah, dunkelgrün oder hellgrün gut? Dunkel, ne? Hell Dunkelgrün ist's gut, ja Hell So, gib weg vom Brunnen, ich werd gleich reiern So, ja Ja, ehrlich Ich grad beim Essen und Evil hier, ist ja am Kotzen Ich bin noch nicht am Kotzen Was, komm gleich hoch Da, tatsächlich Und ich ess hier meine Spaghetti Einfach weitermachen Ah, ja Ich ess jetzt auch erstmal Spaghetti Okay Ah, ich bin schon wieder rausgetappt, ey Bei mir liegt da immer noch ne Dingens auf dem Brunnen Ist das ein Bug oder ist das bei euch auch so? Auf dem Brunnen liegt nichts bei uns Also bei mir zumindest Genau mit dem Desktop ist hier grad nichts Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Die alle am Kotzen Alle am Kotzen hier Oh, ich wollt gar nichts trinken Fuck Bitte nicht kotzen, Junge Ist weg Boah, das Scheißspiel Packet übel Ne, ist ungefähr rot Ich muss dringend was essen, Alter Jetzt dürfte es rot Dann kotzt du auch gleich, Alter? Ne, ne. Doch, doch. Ne, ne. Dann würde ich weiter trinken. Ich würde so lange trinken, bis du kotzt. Dann wird's besser. Dann hast du zwar Essen verschwendet, aber ist egal. Ne, hallo? Okay, in die nächste Stadt, die wir reinlaufen, da ist direkt ein Gefängnis und so Baracken wieder, ne? Geil. Ja, bei mir sitzt da einer Luft auf dem Brunnen, chill ich. Ja, läuft. Soll ich doch eben kurz die Flaschen auch füllen? Alter. Oh, scheiße, Sackgasse. Boah, wie ich das liebe, wie ich das liebe. Mit Brunnen ist gut, ey. Richtig schön, richtig schön. Ne, kannst du knicken, fick dich. Ey, kriegt man richtig Herzinfarkt von der Scheiße. Ja, raus, komm. Ich bin echt gespannt, wie lange die Zeitung und die nagel ich noch voll so mit dem Lufthansa-Abschutzer. Vor allem wird der immer unseriöser. Und da kommt der immer mehr Scheiße und sowas dazu. Ja, voll uncool. Und ich find's richtig dumm, wie die Bild die Familie des Piloten fertig macht ist. Weil man weiß ja noch nicht mal, ob das wirklich so ist. Und einige Medien berichten auch, dass der Notruf abgesendet hat. Ja, gleich zum Anfang, ja. Ja, Bild. Bild dir deine Meinung. Doch. Los! Springen im Verlag kannst du ein, nur vor die Tür kann. Also ich kann's machen, ist ja am Bilden. Ja, in Hamburg auch. Stimmt, ja. Geig, ich die, äh... Aber jetzt ruhig nichts gegen irgendwelche Einrichtungen sagen, sonst kriegen wir Ärger. Ja, denn ich bin immer Raumaufnehmer. Ah ja, ähm... Ich war auch, damals im Sportunterricht war ich auch Springer. Hürdenspringer. War nicht so toll. Ey, wir sagen nur ganz offen unsere Meinung hier über... Echt mal. Gewisse Verlage, die scheiße sind einfach. Wow, er hat mich getroffen. Beim Geld ist ja unten eine beschissene Zeitung, hat ja ein falsches Bild gedruckt. Die haben nämlich einen gedruckt, der noch lebt. Echt? Ja, die haben falsche Typen auf den Augen gedruckt. Hahaha. Ich war Assi. Naja. Bestimmt die Bild. Ja, das ist voll arm. Was für ein Drecks... Käseblatt etwa. So, und welche Verlage hast du dir noch? Ich finde den Spiegel auch recht scheiße. Ah, Spiegel... Ah, Spiegel finde ich gut. Ich lese gerne den Spiegel und so weiter. Also den Spiegel und äh, den Stern... Und den Fokus lese ich eigentlich ganz gerne. Seh, die fand ich früher mal besser. Mittlerweile ist das echt kacke. Ja, die haben abgelassen, das stimmt. Aber was hat nicht nur abgelassen? Alles. Die junge Freiheit. Ganz ehrlich, guck dir das... Guck dir das Jahr 2015 an, was spieletechnisch jetzt so rauskommt. Nix Gutes. Was? Nein! Mein Black Raincoat ist ruined, oder? Nein, gut, doch nicht. GTA 5 für PC kommt raus. Ist klar, du bist doch so dumm! Dann geh doch hin und... In der Aufnahme sagt er das vor allem, super. Sorry. Kann er doch machen. Das ist so, äh... Zusatzmaterial. Warte, ich muss mal kurz Puls checken, ey. Ich hab hier so'n Blutdruckgerät, jetzt muss ich mal kurz den Puls messen. Ja, ich hab schon, muss aber... Blutdruck messen. Achso, ich dachte, du meinst hier... Ich dachte, Johnny hätte das gesagt. Man will jetzt hier im Spiel echt seinen Blutdruck gemessen haben. Nee, nee. Ja, Joshua hat schon an die 30 gehen, muss da ja schon Blut messen. Ein Blutdruck. Stark auf die 40 zu. Nein. Klar. Ja, in Joshua ist, Alter, mal in die Arterien auch nicht mehr so mit. Ey, ist noch voll okay, dafür, dass ich mich so aufrege, ist grad mal 143,83. Oh, Junge, Junge. Alter, was machst du beruflich? Designer. Okay, dann geht's ja. Da muss man sich nicht so anstrengen. Also, 140,80 ist ja normal und so, wenn ich halt ein bisschen drüber ist ja okay. 120 ist normal. Nee, also, ja. Boah, jetzt streiten sie über... Huls... Wo seid ihr nach hinten? Ich brauch immer noch nen Bauarbeiterhelm. Liebe Community kann ja mal schreiben, was da... was die jetzt richtig sind. Ach, scheiß, wenn ich rein... 120,80 oder 140,80... Ah, nee, 120,60 war das, glaub ich. Äh, das kommt doch aufs Alter an. Joshua ist 30. 29. Groß auf 40. 30. Er geht mit groß und schnell auf die 15 zu. Bist du verheiratet? Nein. Also, bei den Dörrschwellen. Viel Spaß beim Marktplatz kehren. Viel Spaß beim Marktplatz kehren. Was? Ja, wenn man 30 ist und nicht verheiratet, muss man am Marktplatz kehren. Ich weiß ja nicht, ob das bei euch auch ist, aber bei uns ist das so. Nee, bei uns in der Hauptstadt ist das nicht so. Oft 10.000 Männer. Ach, du wohnst auf dem Dorf, okay. Nee. Naja, wir kommen alle aus der Stadt. Aber bei... Bei uns gibt's nicht, ähm... Oh, I'm starving. Warte mal kurz. Komm aus Berlin. Wir kommen alle aus, äh, aus großen Städten. Ich nicht. Da gibt es sowas wie einen Marktplatz kehren, wenn man mit 30 noch nicht verheiratet ist, nicht. Nee, nee. Ich hab auch noch... Ich hab noch nicht drei Kinder und sowas, also... Ja, hab ich auch nicht. In der Stadt ist es so, wenn du mit 30 noch nicht verheiratet bist, gibt's Big Party. Weil du danach Geld hast. Ja. Lass du dir, ich will den richtigen Weg entschieden. Boah, Spackfest rum hier. Mann, dann schieß doch ihn an! Du doch nicht! Bist du so gut! Bist du so gut! Bist du so gut! Bist du so gut! Ne, pass auf! Die Alte nimmt einen Medic und will damit eine Bombe entschärfen. Hä? Ich kenne das Spiel nicht. Hä? Es ist eigentlich so wie Battlefield mit den Klassen und so. Wie viele sind dann so ein Team drin? Was? Wie viele Leute können da spielen? Ja, so 8 gegen 8. Es ist halt kostenlos und so und macht Spaß und ist noch nicht so pay to win und geile Grafik. Wie heißt denn das? Na, Dirty Bomb. Bei Steam kostet es 20 Euro, aber so über die Webseite kannst du es kostenlos herunterladen. Ja, das ist Steam. Scheiße, nix da wollen wir wieder Geld holen. Obwohl Steam eigentlich geil ist, macht geile Rabattaktien manchmal. Äh, ist da gerade einer von euch an den Baracken dran vorbeigerannt. An den Baracken fast vorbeigerannt. Joshua, hier sind Baracken, ne? Militärbaracken. Joshua ist gar nicht mehr im Spiel drin. Ja, ich bin, also... Achso, ja, 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 ja. Ne, ne, das war bewusst so. Das habe ich absolut nicht gemacht. Okay, warum? Weil... Mainstream da reinzugehen. Oh, scheiße, hier kommt ein Zombie. Ja, tüte mal. Geht nicht. Bei mir bugt es wieder. Scheiße. Nein. Bist du noch hier irgendwo, Banjo? Kannst du den vielleicht erledigen? Bin in einem Gefängniszimmer. Bin auch ein... Ich komme jetzt gleich zum Gefängnis hin. Dein Ernst? Ja. Ja. Liegt ne TTSGO-Fenz übrigens? Ja, kann mir jemand helfen? Ja, dann bring ich mit. Muss einen. Ich bin schon hier. Ich lauf hier schon in Kreise. Danke. Jo. Oh, coole Sonnenbrille. AHHHHH! Das war das denn? Das war Banjo. Ja. Oh, endlich bin ich mit einem UN-Helm. Hallo? Kommt das gleiche raus. Hallo? Nimm mal die Pans. Hey, man! Du bist am liebsten. Du bist am liebsten. Du bist am liebsten. Hallo, Juga! Hey, dich fresse! Judas, hallo! Hallo, wie geht's dir? Hallo! Oh, du bist ein lucky Mann, ein lucky Mann! Ich hoffe, irgendwann wird ihm das mal zum Verhängnis. Soll ich einen blauen vom 30er gegen einen Militärrucksack tauschen? Hallo, lucky Mann! Der hier sieht man immer so dumm, und wenn du dich egal wo du bist auf dem Dach zum Beispiel und du willst dann... Lucky Boy, where are you?? Der hier sieht man immer deinen doofen Rucksack. vor allem Wannheim. Lucky Boy, hey, Lucky Boy! Hey, Lucky Boy! Hi! Lucky Boy. Lucky Boy. You're crazy. You're funny man. Wie lief ich mich? You're funny man. Ich bin ein Rocketman Luckyman, Luckyman, Come Come play with me Luckyman, Luckyman Luckyman No, Luckyman, you are my friend Luckyman, Luckyman Luckyman, Luckyman Luckyman Don't move Stop 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 Luckyman Luckyman No, Luckyman You don't move I wanna play with you Luckyman Oh Sackgasse Luckyman, where are you Oh Oh Luckyman, Luckyman Luckyman, Luckyman Luckyman, Luckyman Don't move Don't play with me Oh nice Yeah, Luckyman, nein, Zaun, here is a Zaun Where come the Zaun here Oh, there is a hole Luckyman Oh Oh, there is a lock Lockpaw, lockpaw Fuck, there is a Zaun Oh, there is also a Zaun Sackgasse, Sackgasse Hey, there is a bun Hey, there is a bun Don't move this guy Oh, I have no idea, I have no idea, I have no idea, I have no idea, I have no idea Yuma, you are lucky man Okay, that's my deal Okay, I have no idea Oh Oh, she's so missed Ah, zombies She has shit Oh 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 Oh